So, dann kommen wir zu einer neuen App und zwar nicht nur eine App, sondern auch eine Benutzeroberfläche und ein Auswertungstool für den Computer. Wir gehen dazu auf die Seite der Bundesjugendspiele und als erstes muss man sich hier natürlich neu registrieren, so wie bei anderen Webseiten auch. Das zeige ich jetzt nicht extra, sondern wir gehen gleich über, wo ich zeige, wie man das Auswertungstool installiert. So, wenn man dann angemeldet ist, dann sieht man, dass man entsprechend angemeldet ist hier oben. Hier würde man zum Auswertungstool kommen, das macht man aber später und hier bei den Apps, da kommen wir zu den einzelnen Programmteilen. Wenn wir hier etwas weiter runter scrollen, dann haben wir hier das Installationspaket für Windows, aber auch für Mac ist es verfügbar, sogar für Linux. Und weiter unten kommt man über diese Links sogar auf den App Store oder Google Play Store, weil man jetzt auch eine App hat für das Tablet. Okay, wie die Installation funktioniert, brauche ich auch nicht zeigen, das könnt ihr in einem anderen Video anschauen. Es geht ja hier jetzt speziell um die Bundesjugendspiele-App. So, nach der Installation habe ich jetzt dieses Auswertungstool zusätzlich zur Web-Oberfläche und damit lässt sich viel einfacher so eine Veranstaltung organisieren. Das Erste ist, was man macht, dass man mit den gleichen Anmeldedaten, die man hier im Internet verwendet, dass man sich damit auch an diesem Programm anmeldet. Also anmelden. Und das Erste, was man macht, ist einfach mal synchronisieren. Dann ist dieses Programm schon mal mit dem Surfer im Internet verbunden. Bei dem Bundesjugendspiele-Surfer-App, äh, Bundesjugendspiele-Surfer, ähm, die synchronisieren, die Synchronisierung, die kann etwas länger dauern, je nachdem, wie dieser Surfer ausgelastet ist. Also es liegt nicht am eigenen Computer oder an der Internetleitung, das hängt hier manchmal. So, wenn wir hier draufklicken, dann sind eigentlich nur zwei Punkte wichtig. Einmal meine Veranstaltung und die Teilnehmerverwaltung. Und wir schauen uns jetzt erstmal an meine Veranstaltung. Hier ist noch nichts angelegt und das machen wir jetzt, indem wir hier draufklicken, neue Veranstaltung. Dann brauchen wir irgendeinen Titel, können wir nennen, Bundesjugendspiele, abgekürzt 2022. Das Ganze soll ein Wettkampf sein, in Leichtathletik und neues Handbuch auswählen und dann sagen wir, neu anlegen. Hier kommt jetzt immer eine Meldung, ähm, nicht synchron mit dem Surfer. Also wenn wir jetzt hier drauf schauen, haben wir hier noch keine Veranstaltung, äh, aufgelistet. Die hätten wir jetzt hier nur auf dieser App. Äh, die kriegen wir aber ganz leicht, indem wir hier auf Synken wieder gehen. Also synchronisieren wir. So, und dann müssen wir hier noch diesen Browser aktualisieren und dann haben wir hier entsprechend diesen Wettkampf schon mal auf dem Surfer bei dem Bundesjugendspiel-Surfer. So, dann können wir weitergehen. Also meine Veranstaltungen, wenn ich da draufklicke, dann brauche ich jetzt eine Teilnehmerliste. Dann sage ich neue Teilnehmerliste und die nenne ich einfach mal Teilnehmer 22. Und da ist natürlich noch nichts angelegt. Jetzt könnte ich wieder hergehen, synchronisieren, könnte ich mir aber diesmal sparen. Das könnte ich auch später machen. So, und wenn ich dann hier nochmal draufgehe, dann komme ich hier zu meinen, äh, Details, äh, von diesem Wettkampf. Also, mit Plus und Minus kann man immer diese einzelnen Listen aufmachen. Wir sehen jetzt hier, diesem Wettkampf ist die Teilnehmerliste 22 zugeordnet. Und hier könnten wir jetzt Teilnehmer zuordnen. Allerdings haben wir erstmal 0 zugeordnete Teilnehmer. Die müssen wir jetzt erstmal verfügbar machen. Dazu gehen wir hier auf Teilnehmer verwalten. Und in diesem Tool können wir die jetzt entsprechend hochladen. Man könnte jetzt jeden Schüler einzeln anlegen. Allerdings ist das ein bisschen aufwendig. Darum sagen wir hier Teilnehmerdaten importieren. Und man sieht hier schon, wie diese Datei in Excel aussehen soll. Also genau so sollen die Leitwörter in der ersten Zeile stehen. Und genau so habe ich mal eine Excel-Datei vorbereitet. Also genau so, wie sie hier als Beispiel aufgeschlüsselt sind, sind sie auch hier in dieser Datei drin. Ich habe jetzt als Beispiel nur mal zwei Klassen mit jeweils zwei Schülern hergenommen, damit es einfacher zum Durchschauen ist. Und diese Datei, die schließe ich hier, gehe in den Windows Explorer, nehme mir diese Datei und ziehe sie einfach nur in dieses Feld hier hinein. Lasse die Maustaste los. Und dann habe ich jetzt die Schüler, die ich in dieser Datei habe, hier unten aufgelistet. Und dann muss ich sagen, markierte Teilnehmer importieren. Jetzt sehe ich wieder, die Daten sind nicht synchron mit dem Server. Sie sind zwar jetzt schon in dem Tool drin. Da gehe ich einfach wieder hier rein. Log in Sync, synchronisieren. Dann kann ich hier nochmal reinschauen. Teilnehmer verwalten. Es ist nichts mehr rot. Also diese Daten sind jetzt im Internet und auch auf diesem Auswertungstool. Und ich kann jetzt auf meine Veranstaltung gehen. Den Wettkampf, den ich angelegt habe, mit den Teilnehmer von 22. Ich habe jetzt hier noch die Teilnehmerdetails. Okay, das stimmt alles. Kann ich wieder zumachen. Und jetzt schauen wir uns mal die Teilnehmerzuordnung an. Hier steht jetzt erstmal, dass null Teilnehmer zugeordnet sind. Und die Teilnehmer finde ich hier unten. Und die muss ich jetzt praktisch erst dem Wettkampf zuordnen. Das mache ich, wenn ich die Liste vorher schon gut gepflegt habe und es sind alle Schüler beteiligt. Dann kann ich sagen, alle markieren. Ansonsten muss ich halt Einzelauswahl treffen und sage, markierte Teilnehmer zuordnen. So. Die tauchen jetzt hier oben nochmal auf. Und jetzt kann ich alle Schüler, also da müssten jetzt alle Schüler der Schule drin sein. Und dann kann ich hergehen und sie zum Beispiel in Riegen einteilen. Man sieht auch hier, hier steht dann auch die zugeordnete Teilnehmerzahl. Also wenn ich jetzt sage, in Riegen einteilen, dann komme ich zum nächsten Tool. Da könnte ich zum Beispiel die Riegengröße beschränken, indem ich sage, es soll nicht mehr als 10 drin sein. Und dann kann ich weiter filtern, indem ich sage, die Klassen sollen getrennt in einer Riege sein. Wenn ich da sage, okay, dann sehe ich auch, wie die Riegen aufgeteilt wurden. Und jetzt kann ich mir entsprechend diese Listen auch ausdrucken. Also das war die Teilnehmerzuordnung. Die Disziplinübung kann ich mir auch nochmal anschauen. Also das ist Riege 1, das ist Riege 2. Und dann, je nachdem, wenn es eine Möglichkeit gibt zur Auswahl, könnte ich hier praktisch auch nochmal Änderungen vornehmen und die dann mit Ja bestätigen. So, diese App wieder hernehmen, synchronisieren. So, und dann, wenn ich nochmal auf meine Veranstaltung gehe, dann erst kann ich hergehen zu den einzelnen Riegen und könnte hier eingeben, welche Leistung die erbracht haben. Wenn ich das gemacht habe, kann ich sagen, okay, vollständig erfasst und dann Leistung eintragen. Wir machen es aber ein bisschen anders, weil man schlecht mit dem Computer auf den Sportplatz gehen kann. Also, ich gebe mich hier zurück und wir haben jetzt hier Disziplinübungen und es sind insgesamt vier Disziplinen und zwei Riegen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, alle Disziplinen ausdrucken, bekommen wir acht Blätter ausgedruckt. Pro Riege sind dann praktisch für jede Disziplin ist eine Liste da, wo man dann die Leistungen eintragen kann. Es gibt noch eine Möglichkeit mit der App, die zeige ich aber gleich. Okay, hier gehen wir erstmal auf alle Listen ausdrucken. So, ich habe die Listen ausgedruckt. Man sieht hier also, Riege 1 hat vier Listen mit den Schülern, die aufgeschlüsselt sind. Und ich würde empfehlen, mit diesen Listen zu arbeiten und die entsprechenden Werte dann wieder im Haus am Computer einzugeben. Man kann natürlich jetzt auch Folgendes machen. Man kann die App auf dem Tablet benutzen. Was man macht ist, dass man sich hier erstmal anmeldet. Und da jetzt hier noch keine Veranstaltungen eingetragen sind, muss man hier natürlich hier erst wieder synchronisieren. So, und dann kann man hergehen und sagen, meine Veranstaltung, hier ist der Wettkampf, hier sind die Teilnehmer. Nochmal die Teilnehmerdetails. Und hier kann man dann entsprechend die Leistungen eintragen. Also, Riege 1, Sprint, hätten wir praktisch hier. Und dann sieht man auch gleich den Unterschied. Also, ich würde hier praktisch reinklicken. Und dann kann ich hier entsprechend das Ergebnis eintragen. Das Problem ist allerdings bei der App, dadurch, dass die datenschutzrechtlich überarbeitet wurde, sieht man hier schon mal, hier stehen keine Namen dabei, sondern nur noch eine Startnummer. Und das ist natürlich ein bisschen umständlich, dass man immer nach der Nummer sucht. Vielleicht, dass die Schüler mit ihrer Startnummer auf dem T-Shirt rumlaufen. Vielleicht tut man sich da auch, tut man sich da ein bisschen einfacher. Aber ich würde vorschlagen, dass man praktisch die Liste hernimmt. Und man sieht auch die Reihenfolge der Namen. Und die Reihenfolge hier, die sind genau identisch mit der entsprechenden Nummer. Das heißt, wenn man hier die Listen erst mal ausfüllt, dann tut man sich nachher einfacher, hier entsprechend die Ergebnisse einzutragen. Und wenn die hier entsprechend eingetragen sind, dann kann man die wunderbar wieder synchronisieren und mit dem Auswertungstool auswerten. So, ich zeige mal die verschiedenen Eingabemöglichkeiten. Einmal über die App. Also ich habe jetzt hier praktisch, jetzt nach dem Wettkampf, ich habe jetzt hier die Auswertung und möchte sie entsprechend einpflegen und auswerten. Ich zeige es jetzt erst mal auf dem iPad, dann mit dem Auswertungstool und dann gäbe es noch die dritte Möglichkeit online. Wichtig ist, dass nicht auf verschiedenen Systemen Daten eingegeben werden und dann vielleicht noch, dass zwei Leute zum Beispiel in der Riege 1 den Sprint zweimal eingeben. Dann kommt das System durcheinander. Also nur am einen System arbeiten und dann auch nur entsprechend die jeweilige Riege nur einmal, weil sonst kommt das System durcheinander. Ich zeige jetzt hier mal den Sprung, also Riege 1 hier drauf. Dann muss ich natürlich schauen, wieder meine Liste. Hier ist das Ergebnis und wie gesagt, die Reihenfolge, die stimmt hier entsprechend. Also hier entsprechend muss man mit diesem Radialmenü arbeiten und dann hier brauchen wir noch die 40. So und dann sagt man OK, dann sind da 340 drin. Hier brauchen wir noch die 360. Mit einer Tastatur am iPad geht es vielleicht auch schneller, je nachdem. So, wenn die Eingabe vollständig ist, dann klicke ich hier auf Ja und zack, Leistung eintragen. Jetzt erscheint hier diese Riege beim Sprung schon grün. Das heißt, die Daten sind fertig eingetragen. Und jetzt schauen wir uns an, wie das bei den, die anderen zwei Möglichkeiten, die noch am Computer und mit dem Auswertungstool möglich sind. Okay, ich habe also am iPad synchronisiert. Jetzt gehen wir hier drauf, synchronisieren ebenfalls. Und dann schauen wir wieder bei den Veranstaltungen. Und hier haben wir praktisch den Sprung drin. Also ich bin jetzt am Auswertungstool am PC. Und hier kann ich natürlich weitere Eingaben vornehmen. Schauen wir uns mal den Sprint an. Hier ist es wieder mit Namen. Beim iPad haben wir ja nur die Nummer. Ich schaue wieder in meiner Liste nach, was ich hier eintrage. So, und hier ebenfalls auf Eingabe vollständig, Ja und Leistung eintragen. Und dann ist auch dieses Feld grün. Wenn ich jetzt wieder synchronisiere. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal im Internet an. Also hier haben wir die Web-Oberfläche. Daten müssten jetzt synchronisiert sein. Ich gehe hier drauf bei meinem Auswertungstool. Hier ist die Veranstaltung. Und hier kann man dann schauen bei Bearbeiten. Und hier haben wir die Leistung zum Eintragen. Und hier sehen wir die zwei grünen Felder, wo die Leistung jetzt praktisch einmal beim Sprung übers iPad eingetragen wurde. Hier über dieses Auswertungstool, das am Computer installiert ist. Und hier, das machen wir jetzt auf der Web-Oberfläche im Browser. Ich gehe jetzt also bei Lauf rein. So, hat ein bisschen gedauert. Ich habe das rausgeschnitten, dass das Video nicht so lang ist. Also hier ist auch schon angegeben, wie es eingegeben werden soll. Also Minuten und Sekunden. Ich gebe jetzt da einfach mal 10 und 11 ein. Hier ebenfalls kann ich ein Häkchen setzen, Eingabe vollständig, Leistung eintragen. So, und das ist praktisch jetzt die dritte Eingabemöglichkeit von den Leistungen in diesem Auswertungstool. Ich kompletiere das jetzt mal schnell und dann schauen wir weiter. So, wenn ich also alle Leistungen eingetragen habe, dann gehe ich hier nochmal auf das Synchronisieren. Das habe ich gerade eben gemacht. Und dann kann ich nochmal zurückgehen. Hier machen wir zu, Auswertung machen wir auf. Und dann müsste hier schon ersichtlich sein, die Punkte, die hier ausgerechnet worden sind, die Gesamtpunkte und dann je nachdem, welche Urkunde hier entsprechend dann erreicht wurde. Und im Gegensatz zu vorher sind diese beiden Schaltflächen nicht mehr ausgegraut, sondern farbig. Und jetzt kann man auch entsprechend alle Ehrenurkunden, Siegerurkunden herunterladen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, also erstens mal, dass hier die Urkunden auftauchen, dass die Gesamtpunkte noch nicht berechnet wurden, dann gibt es hier eine Schaltfläche, da steht beim nächsten Synchronisieren. Auswerten, hier draufklicken, dann muss man nochmal synchronisieren. Und dann sollte aber schon die Punkte und die Urkunden dastehen. Wenn es nicht der Fall sein sollte, dann gäbe es noch die Möglichkeit, das Programm kurz zu schließen, wieder öffnen. Und spätestens dann sollte das aber der Fall sein. Ja, dann schauen wir uns das mal an. Also hier auf die Schaltfläche, wenn man hier draufklickt, dann kann man die ganzen Urkunden als PDF herunterladen. Und jetzt schauen wir es uns mal an in dem Acrobat-Reader. Aber man sollte, anscheinend ist das direkt drauf eingestellt, den Acrobat-Reader verwenden für den Ausdruck. Man sieht hier schon in dieser PDF-Datei, da ist hier nur das Ja dargestellt. Dann zwei Balken, die auf der Urkunde einmal Turnen und Schwimmen durchstreichen. Die Gesamtpunktzahl, die erreicht wurde, der Name und dann entsprechend hier die Ergebnisse. Und wenn man das Ganze druckt, dann folgendes bitte beachten. Einmal, dass die tatsächliche Größe gedruckt wird. Und dann natürlich bei den Eigenschaften, dass man umstellt auf DIN A5. Und wie gesagt, dann muss man noch die Urkunden entsprechend im Drucker einlegen. Und dann wird entsprechend gedruckt. Dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Also hier bei der Übersicht kann man schön sehen, links die Urkunde unbedruckt. Im Hintergrund der Ausdruck auf Papier. Und rechts dann die fertig ausgedruckte Urkunde. Falls es der Fall sein sollte, dass der Ausdruck nicht genau auf dem Blatt erscheint, dann kann man noch entsprechend nachjustieren. Also erst einmal eine Urkunde ausdrucken, schauen, wo der Ausdruck genau hin soll. Und dann muss man schauen, einmal gibt es eine X-Richtung, einmal eine Y-Richtung. Und da kann man den Ausdruck etwas justieren. Das funktioniert folgendermaßen. Ich gehe nochmal zurück ins Programm. Also wir sind noch hier. Dann müssen wir auf Einstellungen. Und hier sieht man schon, dass die Korrektur einmal in der X-Achse, also nach links und nach rechts, muss man halt genau schauen auf dem Probeausdruck, wo ist die Schrift gerade gelandet. Und dann in Y-Richtung kann man mit diesem Schalter auch nochmal genau den Ausdruck ausrichten. Dann allerdings, wenn man das so eingestellt hat, klickt man hier auf Justierung übernehmen. Dann muss man nochmal synchronisieren und erst danach, also wenn es synchronisiert wurde, muss man nochmal zur Veranstaltung rein, zur Auswertung und sich die Dateien nochmal herunterladen. Weil sonst hat sich diese Feinjustierung nicht auf das Endergebnis ausgewirkt. Okay, ja, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über diese App und mit den allen Zusatzfunktionen, mit dem Tablet, mit der Auswertung im Internet zeigen. Ich finde das eine gute Sache, gerade wenn man mit dem Tablet auf dem Sportplatz rumläuft, ich brauche da keinen WLAN erst, wenn man mit dem Tablet wieder ins Schulhaus reingeht. Und da kann man dann entsprechend weiter auswerten. Okay.